ja das ist eine ältere Version äh 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 Version äh 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 ältere Zeitung ist das 1 2 3 soll das nicht sein aber nun ja ja ich bin sehr sparsam alles sofort zurücklegen weil ja langsam wie das ja eigentlich immer luxuriöser Prozent totalschiss vor der defekten Schiff-Taste oder von der nicht ganz so funktionierenden die 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 das erste andere Tablet Android 4 Rundfrau die die Robins Zeichen Schlafphase und werdet dieser ja ich weiß ich sollte die Zeitung jetzt mal zur Seite legen und wieder anfangen zu spielen. Ja, Gobblestone sieht eigentlich kacke aus, aber mit Gobblestone kann man ja in der neuen Textur von der Honeyball, das sieht jetzt ja eigentlich auch so aus wie Häuser oder das könnte man jetzt als Häuserwand benutzen. Ja, wenn das hier bald groß genug ist, dann wollen wir eigentlich Samen. Ne, wir können die Pumpkinz eintauschen, ne, Wester. Wester, Wester will ich schmieren. Jo, du bist da, ne. Ne, ich würde die gerne eintauschen, also, äh, oder wie soll man sich sonst, wo findet man sonst gerade, oder, ähm, ich meine jetzt, äh, um was zu farmen oder sowas. Keine Ahnung, auf jeden Fall, wenn wir nicht weiterkommen, wenn wir etwas gemacht haben, dann können wir auch nicht weitermachen. Wir können das höchstens noch ganz groß bauen hier, und, ähm, dann war's das eigentlich auch. So, hier genau, das, ne, das muss ich hier noch schließen. Boah, man ey, du bist ja hartnäckig hier, ey. So, hier im Wassersborn, dann mal juhu. Boah, boah. 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 ich halte ein bisschen die Klappe. So, hier nehmen wir dann noch alles ab. Wo kommt nur der mysteriöse Schnee her? Ich wollte eigentlich gerne mal meine... Tiss... Ach, Mist. Ich wollte... Haben wir hier irgendwelche Seeds? Mein Kraft 1.0.0.0 Chunk-Updates. Oh, oh. Komm, lautet man jetzt die ganze Zeit mit dieser Frisur hier rum. Guck mal, wir machen uns einen Level-Zieh. Das Heed verändert sich aber immer noch nicht. Du, 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 du. Ja, machen das jetzt erstmal aus. die guck mal dahinten wir haben ein Obsidian den jetzt gebraucht nur zu empfunden so weit ist derzeit bilder hier wird nein das ist zu hell also damit ich eigentlich ganz gerne so eine Mauer hinbauen oder hier ist ein Haus hin nur wo sollen wir wo sollen wir wollen hier kriegen das ist jetzt die große Frage ach nee ich glaube ich weiß wie wir es machen wenn man eine Welt wenn man eine Welt macht und dann hier einfach den Sieg hier eingibt den Sieg da eingibt dann sieht das ungefähr so aus dann haben wir da noch die xy-z und f-achsen also ich glaube diese Umdrehungen wenn wir dann nach vorne und nach hinten gehen er sich das jeweils immer so jetzt laufen wir auf null und jetzt laufen wir auf Minus und Minus ist dann halt hier so weiter oben wenn wir dann hier unten sind laufen wir auf einer normalen Ebene oder auf null ist das halt also je nachdem wie tief oder wie hoch wie runterfallen können zwar nicht hoch aber ach mit 1 2 0 auf die Schrift machen ja super ach ja genau ich bin ein alter Opa ich sehe nichts mehr ich habe doch die Idee kann ja bei nee wo war es denn noch mal und dann auch 5 ach nee der guckt mich die ganze Zeit nur an dieser Dovi die die Orte bei mir heißt das klar war die ausgelesen alle runter du hast hier nichts verloren das ist mir immer so manches die Akkurs und so sieht es gerade perfekt aus für meine Augen der Spion der mich liebt so krampfhaft die Schifftaste drücken und wir nicht runterfallen wenn wir runterfallen jetzt noch einmal da ihr könnt natürlich nicht auf die Testatur gucken deswegen das kann man auch nicht beweisen so 13 Dinge hier verballert und hier kann man dann halt immer hochgehen wenn man möchte und kann sich das dann abbauen nur ich möchte so und dann kann man hier nur einmal hochgehen weil ich möchte gerne noch behalten ich mache die Zonen dann 1.2.4 die beste hat während des jährigen so aber jetzt um auch Kuchen weil hier ist man gucken wir mal klar hier so da steht etwas hahaha guck mal die geben uns hier Instructions Anleitung ach nee damit können wir uns dann eine Angel bauen ja super nur es gibt hier leider keine Fische das ist der Nachteil weiter und breit gibt es hier gar nichts wirklich nichts oder ich will mal gucken der hat schon auf Ränder Distanz Fahrt eingestellt und deswegen ähm weißt du was ich glaube ich mache jetzt mal eben 3D an und hol mir eine 3D Brille falls ihr keine habt ist auch nicht okay ist auch nicht so schlimm ich hole ich mache auch gleich wieder aus so jetzt einmal kurz gucken naja ähm so atemberaubend oh Mist so atemberaubend sieht das jetzt auch nicht unbedingt aus denn ähm ja von hinten scheint gerade die Sonne auf meinen Monitoren das ist auch nicht so ganz toll ähm aber auf jeden Fall merkt man dass hier die ähm ja unser Inventar hier halt im Vordergrund ist ähm wenn ihr eine 3D Brille habt ich habe euch gerade genug Zeit gegeben um mal eben nach einer 3D Brille zu suchen wenn ihr keine habt ist auch nicht so schlimm ich gucke jetzt nur einmal oder ich versuche jetzt einmal ähm ja zu kommen wie es aussieht halt wenn ich da was anbaue oder abbaue ja also es sieht wirklich so ein bisschen aus wie 3D nur es ist halt ein Farb und man kann es besser auf Prozent schwarz-weiß stellen weil da hier sieht man jetzt zum Beispiel das ist so ein bisschen gelblicher aber die ja und ich sehe hier das und schatten wir werden gerade meine Augen ja ich mache aus weil die Steuerung muss man ja eigentlich nur beherrschen hier um da Prozent erfolgt zu haben das reicht glaube ich nicht mehr ganz aber ist ja auch nicht so ganz schlimm ja noch einer fehlt naja egal okay wenn ihr jetzt keine 3D Brille habt wo auch mal ist das hell okay ich mache es auch jetzt einfach mal wieder aus äh 3D aus und